Ich glaub, hier geht's... also hier geht's lang, aber... Wie, um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Oh fuck! Hier, durch die Tür kommen wir nicht rein. Die ist zu, das weiß ich. Gezaubert! Okay, einfach bloß durchlaufen. War quasi die Devise. Nee... Gezaubert wer? Schönen guten Tag. Au. Oh Leute, könnt ihr mich mal kurz in Ruhe lassen? Moin, ihr macht auch gerade Meditation, hab ich gehört. Nein. Weger. Okay, daran bin ich wenigstens sicher. Das weiß ich wenigstens. Na, wer von euch traut sich? Nope. Moin. Ja, ist das ein karianischer Ritter? Herrin Rani, seit langem erraten wir euch. Ich bete für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses. Möge der Vollmond über Kari erscheinen. Ah, ihr scheiß Viecher kommt ja auch rein, ne? Fuck. Mit kleinen Viechern muss ich mich noch kümmern. Ich hab einen großen gehört. Genau den meine ich. Kannst du vergessen, du kommst ja sowieso nicht rein. Aber du kannst mich treffen. Muss ich dir lassen. Ja, okay. Mach das mal nicht. Okay, ich lass dich mal im Rohr. Ja, das dauert mich aber schon zu lange. Ja. Und hier irgendwo, da ist noch Monfire. Monfire, ja. Dann ging's hier dann auch gleich noch weiter. Nicht hier. Malta war nur noch was. Beziehungsweise unter Malta war was. Schmiedestein Level 4. Hier ging's runter wieder zur Hand. In Richtung können wir auch mal zerstören. Ich glaub hier war keine Wand irgendwie die Suspicious war. Jetzt kommen wir wieder zu dem Spiel, dass man oben auf den Dächern rumläuft. Achso, ihr wart ja auch noch da. Vielleicht gibt's hier auch noch. Na irgendwo. Konnte man. Ich wüsste nur, du bist jetzt gespawnt. Runter mit dir. Nein. Halt er mich hier noch mit. Irgendwo hier konnte man noch. Fuck. Jo. Das ist eine Falle. Soll ich die auslösen? Ja. Äh, okay. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Da gibt's nämlich noch ein Item. Der andere Weg wäre der Weg, äh, zu Erlösung oder so gewesen. Wo wir jetzt hier bloß aufpassen müssen, ist, dass, äh, hier ganz schnell Gegner kommen. Können wir hier hinten das Item einsammeln. Aber, auf das Dach konnte man ruf. Und das hat einen gebracht, dass man dann hier noch ein kann. Das hat einen gebracht, dass man da runter kann. Vielleicht auch noch sogar darüber. Müsste noch ein Gegner irgendwo sein. Wie geht's wieder runter? Das heißt, ich hab' mich verzahmen. Äh. Ja, komm. So viel Schein will ich hier schon nicht kriegen. Machen wir mal die Tür hier auf, ne? Oh, ein Talisman? Ah, ne. Ah, das war das, das war das krasseste Schwert. Stimmt. Das war das krasseste Schwert, was es, äh, gibt. Beziehungsweise, das war eine lange Zeit mal das krasseste Schwert, bis das immer noch ist, weiß ich nicht. Ja. Denn das macht magisch und Feuerschaden. Aber dazu braucht man Glaube und Weisheit, also nichts für mich. Äh, Nacht und Flammenhaltung. Schwert gerade halten, Zauber zu wirken, nach Komet einzusetzen, naja. Für Zauber unfassbar stark. Aber da ich ja da gerade wieder runter gegangen bin, ne? Lass er sich hier einmal aufmachen. Und dann einmal in die untere Ebene des Anwesens zu gehen. Dann kommen wir wieder hier oben hin. So, da wir ja das Item haben, haben wir dann eigentlich keine, keinen nötigen Grund, äh, nochmal nach links zu gehen. Die Gegner jucken mich sowieso nicht. Die kommen jetzt nochmal. Vier oder so eins. Kommen wir noch Fächer? Zwei. Drei. Vier. Trifft mich nicht, ihr trifft mich nicht. Na 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 na. Der Grund, warum ich hier rumlaufe, ist, weil hier oben Bonfire ist. Beziehungsweise, wenn man hier hochfährt. Werd ich gleich nochmal wieder runter gehen, weil... Kommt mal nochmal auf ein paar Dächer. Die Dächer wollen wir ja nicht überspringen. Bitte. Na ne, warte, da hab ich... Ich hab ja mittlerweile ein Soundboard seit, du weißt ich, wieviel Wochen. So. Nur ich nutze das zu oft, äh, zu silken. Ach stimmt, ihr seid ja immer noch da. Du hast mich nicht gesehen. Vergiss das mal ganz schnell, lieber. Ja. Wird das halt das letzte sein, was du getan hast? War es links oder rechts? Das war hier. So, um safe zu sein, gehen wir mal hier. Äh, da hinten war auch wieder nichts. Oh, was hat dieser Wiki eigentlich für eine Daseinsberechtigung? So. Hier ist man halt vorher auch schon hingekommen. Das bringt eigentlich wirklich... Ah. Hier ist man vorher nicht hingekommen. Und das Bonfeuer. Ja. Also so wie ich das gesehen habe, ist man hier vorher nicht hingekommen. Ja, jetzt kommt wieder irgendwas von oben geregnet. Dunkel auf jeden Fall. Und wir sind jetzt wieder außerhalb der Burg. Hat sich ja super gelohnt. Jo. Oh, aber... Hier vorne ist ein See. Und wenn beim See dann, äh, kein... Da ist auf jeden Fall ein... Äh, ein Dings, ein Skarabeos. Noch ein... Komm her. Ist einer aus Eis. Da, hab ich dich. Graureifstampfer. Und... Nur alleine... Oh, da hinten geht's noch zu einer Ruine. Nur alleine dafür. Und vielleicht um darüber zu kommen. Ist man jetzt den Weg gegangen. Gucken wir mal anders auf die Map. Unten kommt man auch hin. Aber dann wird's wahrscheinlich hier unten auch wieder ein Lagerfeuer geben. Das möchte ich mir jetzt mal angucken. Unten war ich nämlich noch nicht. Da unten kommt man da hinten zu Dings. Ah, okay. Das ist einfach bloß ein Weg hinten zum... Äh... Wieso bin ich in einem Kampf? Ah, wir finden den Schwachmater unten. Ist dann einfach bloß ein anderer Weg, um runterzukommen. Da unten vorne ist ein Händler. Ja... Händler, verkaufe mir doch gerne mal was. Ja, ich möchte eigentlich auch keine Ärger haben. Eigentlich. Das ist ein schlechteres Schild. Äh... Da ist... Knochengroßfall. Knochengroßfall gefiedert und Knochenballisten. Äh, Bolzen. Auch ich. Alles nicht. Aber seine Daseins... Theoretisch hat er seine Daseinsberechtigung erfüllt. Kann man nicht mehr sagen. Äh, vergeben. Ja. Aber die... Inventive auf der Reise... Äh, treffen wir ihn hier sowieso. Alle sterben. Jedenfalls habe ich das vor. Ich finde noch Spaß. Ich finde dieser komische Klangpillen... Jäger... gegen uns kämpfen muss. Weil wenn mein Zug viele Klangpillen im Repertoire hat... äh... kommt so ein Klangpillenjäger und... äh... greift dann an. Weil man halt einfach zum Adel gehört oder so... man hat einfach zu viel und der ist... äh... hoffentlich so wie Robin Hood und versucht dann die Klangpillen... äh... den armen Leuten... zu geben... die keine Klangpillen haben, ja. Das ist bestimmt ein ganz netter Mensch. Ihr seid nicht sehr nett. Deswegen müsste vernichtet werden. Ich habe das Licht ausgeknipst. Tja. Jopp. Das Item wird jetzt mehr. Uh, ne Peitscher. Beziehungsweise eine... Degen... Peitscher. Kann man das so sagen? Das ist ja einerseits... eine Peitsche und andererseits wieder ein Degen oder so. Natürlich ist das jetzt hier... eine Peitscher, aber... da... das war jetzt gerade ein Degen. Kann mir kein Mensch erzählen, dass das kein Degen war gerade. Oh. Ja, die nimmt einen... Gott sei Dank nicht mit in irgendeine... Traumwelt oder so. Komm, we will yourself. Was ist da nochmal... Wie lange willst du das machen? Das war klug gemacht von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nicht so klug. Da kommt vereinfacht der Gegend. So ein mieses Arschloch. Da versucht ihr mich einfach auszutricksen, wenn ich sie versuche auszutricksen. Wo kommen wir denn dann hin, wenn sowas funktionieren würde? So und jetzt sind wir am... Vordereingang wieder. So mit Mitte Stein 3, dafür habe ich es sich mal so überhaupt nicht gelohnt. Loch voraus. Da jetzt Zeit für dies... Saatgut. Ach Gott, Alter. Ja. Im englischen äh... Ist das äh... Ganz... Ganz anstößig. Deruseig der Roche. eth Deineärke. Der Papa. Der Papa. Dereta. Der Americano.